einen wunderschönen guten tag und ein herzliches willkommen so wir sind jetzt ja wieder beschäftigt mit unseren grasstücken ich war mir jetzt mal das heu noch was wegen gestern nicht freitag sorry dass die folge da es um kommt ja kam ja pünktlich aber der rest kam später ich hab tatsächlich war donnerstag ist so kaputt so fertig auf der gräfen bin nach hause gekommen habe mich zwar noch mal im rechner gesetzt aber habe es dadurch aber komplett vergessen gehabt herunterzuladen und um 8 30 war ich schon im land der träume es ist mir auf arbeit eingefallen ja auf arbeit war es dann zu spät was habe ich dir jetzt sobald ich konnte hochgeladen weil ich hätte noch besucht meine mutter und meine oma kam vorbei ganz zuerst dann ging es um 15 uhr 15 30 hochgeladen worden ich weiß ich mache schon wieder falsch das werde ich wahrscheinlich so schnell nicht erinnern kann aber das was ich jetzt machen kann ist ich hoffe doch dass wir das hier in den heutigen tag hier alles schaffen also ich wischung es ist gerade absichtlich jetzt hier so wie ich das mache wir haben ja noch ein feld weiter zu machen was wäre bei der folge auf alle fälle denken wir nicht schaffen aber wenn alles gut geht werden wir morgen ich denke mal noch morgen früh um 10 dann schon die überpresse im einsatz sehen aber wie gesagt dafür muss ja alles gut laufen aber rein theoriemäßig dürfte das eigentlich ausgehen durfte sich das eigentlich ausgehen wird aber auch nur jetzt erstmal es ist für mich gerade freitag 56 30 sieht man ja dann nach die andere folge wird ein bisschen später aufgenommen weil ich muss jetzt nochmal los tatsächlich und dementsprechend wird jetzt noch keine folge aufgenommen da das ja passt tut mir das gerade nicht weil es irgendwie mein Zeitplan reinpasst aber ja versprochen ist versprochen das ist auch der Grund warum ich zur Zeit kaum online bin wobei bei Twitch ich hab einfach ich komm einfach nicht dazu es klingt scheiße aber es ist die Wahrheit ich habe so viel zu tun ich habe auch Bock zu zocken ich habe auch Bock zu zocken ich habe auch Bock zu zocken und dann will ich wissen auch nicht Wie man es macht, macht man es falsch. 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 Wir wollen uns nicht beschweren, wenn es schneller geht. Wie man es macht, macht man es falsch. 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 Und was macht ihr um die schöne Uhrzeit, die jetzt überherrscht? Macht weh, oder? Also, ich bin auf Arbeit und warte auf den Feierabend. Das läuft jetzt gerade nicht so, wie ich das geplant habe. Da sieht man mal, wie schnell man verkacken kann, wenn man die erste Bahn nicht so einstellt, wie es sein soll. Oh, jetzt sollten doch die Kühe eigentlich immer hinterkommen mit dem Heu. Verliegnisbar vielleicht eine Fuhre mein Dach kaufen. Das kann mir nicht durchaus passieren. Jetzt müsste ich halt doch schon zur nächsten Folge jedenfalls soweit vorbereiten, dass die der Ladewagen dran ist. Das wäre eine Idee, oder? Weil das Feld schauen wir auf alle Fälle dann in der nächsten Folge komplett. Und dann könnte man da ja schon mal anfangen mit einfahren. Dann sollte das ja alles schon so parat stehen. Da ist das natürlich auch schon mal anfangen. Da ist es schon mal anfangen, dass die Kühe ist. Das ist schon mal anfangen. Da sind dann auch noch anfangen. Da sind dann noch anfangen. Da ist ja alles so gut. Und dann können wir nicht einfach anfangen. Oder wie seht ihr das? Oder wie seht ihr das? Oh, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt nur noch drei Trecker habe. Reicht nämlich eigentlich auch vollkommen aus. Was man vielleicht in der nächsten Folge noch mit reinnehmen könnte. Was in der Nachwuchsfolge wäre tatsächlich eigentlich auch noch Kühe füttern. Auch schon lange nicht mehr gezeigt. Das Schwein muss ja nicht mehr verkaufen. So, aber ihr werdet sehen, was wir in der nächsten Folge machen und vielleicht auch Kühe füttern. Das kann auch gut passieren. Was ist denn das Nächstes? Ähm... Genau. So, also ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Däumchen da. Und dann sehen wir uns um 16 Uhr, ne? Tschü tschü!